In diesem Video gebe ich Ihnen einen groben Überblick über unser Sonnensystem, das einen Durchmesser von etwa 160 Milliarden Kilometern hat. Mich fasziniert der Weltraumseher, und diese Faszination möchte ich in einer Weltallserie gerne mit Ihnen teilen. In den nächsten Wochen und Monaten werde ich verschiedene Videos veröffentlichen, in denen ich Ihnen unsere Planeten im Sonnensystem vorstelle. Die Sonne. Sie ist der Mittelpunkt unseres Sonnensystems und macht etwa 99,8 Prozent seiner Masse aus. In ihrem Inneren wird Wasserstoff in Helium umgewandelt, ein gewaltiger Fusionsofen, der enorme Mengen Energie freisetzt. Die Sonne ist so groß, dass mehr als eine Million Erden hineinpassen würden. Ihre Oberflächentemperatur beträgt etwa 5500 Grad Celsius, während es im Inneren bis zu 15 Millionen Grad Celsius heiß werden kann. Ohne ihre Strahlung wäre auf den umliegenden Planeten kein Leben, wie wir es kennen, möglich. Merkur Als innerster Planet umkreist Merkur die Sonne am schnellsten, in nur 88 Tagen. Er ist ziemlich klein und besitzt keine nennenswerte Atmosphäre. Deshalb schwanken seine Tag- und Nachttemperaturen extrem, tagsüber bis zu 430 Grad Celsius, nachts unter minus 170 Grad Celsius. Außerdem hat Merkur keine Monde, und seine Oberfläche, die an unseren Mond erinnert, ist von zahlreichen Einschlagskratern geprägt. Venus Sie wird häufig als Schwesterplanet der Erde bezeichnet, da sie ihr in Größe und Masse ähnelt. Allerdings ist sie von einer extrem dichten Kohlendioxid-Wolkenschicht umgeben, die zu einer Oberflächentemperatur von etwa 470 Grad Celsius führt, heißer noch als auf dem Merkur. Der Luftdruck ist dort rund 90 Mal höher als auf der Erde. Äußerlich leuchtet die Venus zwar hell am Nachthimmel, doch diese Schönheit ist trügerisch, denn für Leben, wie wir es kennen, ist ihr Klima viel zu unwirtlich. Monde besitzt die Venus keine Erde Unser blauer Planet ist zu etwa 71% mit Wasser bedeckt und wird von einer lebensfreundlichen Atmosphäre geschützt. Die Erde ist einzigartig in unserem Sonnensystem, zumindest soweit wir bislang wissen. Sie besitzt einen vergleichsweise großen Mond, einfach Mond genannt, der die Erdachse durch seine Gravitation stabilisiert und so für relativ konstante Jahreszeiten sorgt. Mit seinem Durchmesser von rund 3474 Kilometer ist der Mond der fünftgrößte Satellit im Sonnensystem. Mars Der rote Planet verdankt seine Färbung dem hohen Eisenoxidanteil, Rost, in seinem Boden. Er ist kleiner als die Erde und hat eine sehr dünne Atmosphäre. Seine zwei Monde, Phobos und Deimos, sind winzig und erinnern eher an Asteroiden. Auf dem Mars gibt es Hinweise auf einst fließendes Wasser sowie eisige Polkappen aus gefrorenem CO2 und Wasser. Wegen dieser Spuren ist er im Hinblick auf mögliches, früheres oder sogar gegenwärtiges, Leben immer wieder im Fokus der Forschung. Hauptasteroidengürtel Zwischen Mars und Jupiter erstreckt sich der Hauptasteroidengürtel mit Millionen von Gesteinsbrocken unterschiedlicher Größe. Einst hätten sie sich womöglich zu einem Planeten zusammenfügen können, jedoch verhinderte die starke Schwerkraft Jupiters dies. Hier findet sich auch Ceres, das größte Objekt im Asteroidengürtel, das als Zwergplanet klassifiziert ist. Jupiter Mit Abstand der größte Planet in unserem Sonnensystem und ein Gasriese. Er besteht vorwiegend aus Wasserstoff und Helium. Sein auffälligster Sturm ist der große rote Fleck, der seit Hunderten von Jahren tobt. Jupiter besitzt über 90 Monde mit stetigen Neuentdeckungen. Die vier größten, Io, Europa, Ganymed und Callisto, werden als galileische Monde bezeichnet. Europa ist dabei besonders interessant, da sich unter seiner Eiskruste ein Ozean aus flüssigem Wasser befinden könnte, was die Möglichkeit außerirdischen Lebens eröffnet. In dieser Simulation kann man sehen, dass je weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, desto langsamer umkreist er sie. Saturn Der zweitgrößte Planet im Sonnensystem ist berühmt für sein prächtiges Ringsystem, das größtenteils aus Eis und Gesteinsbrocken besteht. Saturn ist ein weiterer Gasriese und besitzt eine so geringe Dichte, dass er, salopp gesagt, in einer riesigen Badewanne schwimmen könnte. Über 80 Monde umkreisen ihn. Darunter Titan, größer als der Planet Merkur. Titan hat eine dichte Stickstoffatmosphäre und sehen aus flüssigem Methan und Ethan. Enceladus ist ein weiterer spannender Mond, dessen eisige Oberfläche wahrscheinlich einen salzigen Ozean birgt. Geysire schleudern dort Wasserteilchen ins All. Uranus 1781 von Wilhelm Herschel mithilfe eines Teleskops entdeckt, ist Uranus ein Eisriese und besteht zu großen Teilen aus gefrorenen Wasser, Methan und Ammoniakverbindungen. Seine Rotationsachse ist um über 90 Grad geneigt, sodass er förmlich auf der Seite liegt. Das führt zu extremen Jahreszeiten. Uranus hat ein eher dezentes Ringsystem und über 20 Monde, zu denen Titania, Oberon, Umbril und Miranda zählen. Neptun Der äußerste bekannte Gas- bzw. Eisriese ist kälter und windiger als Uranus. Sein intensives Blau stammt vom Methan in der Atmosphäre. Windgeschwindigkeiten von bis zu 2000 Kilometer pro Stunde machen Neptun zur windigsten Welt in unserem Sonnensystem. Er besitzt mehrere Monde, von denen Triton der größte ist. Triton kreist Retrograd um Neptun, was daraufhin deutet, dass er ursprünglich ein Objekt aus dem Kuipergürtel war und von Neptun eingefangen wurde. Kuipergürtel Jenseits von Neptun beginnt der Kuipergürtel, der unser Sonnensystem wie ein Tor zu seinen äußeren Bereichen erweitert. Unzählige eisige Kleinkörper tummeln sich hier, einige so groß, dass sie als Zwergplaneten gelten. Einst war Pluto als neunter Planet bekannt, zählt heute jedoch offiziell zu den Zwergplaneten. Auch weitere potenzielle Zwergplaneten und Kometen stammen aus dem Kuipergürtel. Pluto Bis 2006 als Planet geführt, wird Pluto jetzt als Zwergplanet eingestuft. Seine Atmosphäre besteht aus Stickstoff, der teilweise gefriert, wenn sich Pluto auf seiner exzentrischen Umlaufbahn von der Sonne entfernt. Er besitzt fünf Monde, von denen Charon der bei weitem größte ist. Tatsächlich bilden die beiden fast ein Doppelsystem, da ihr gemeinsamer Schwerpunkt außerhalb von Pluto liegt. Ortsche Wolke Noch weiter draußen, weit hinter dem Kuipergürtel, vermuten wir die Ortsche Wolke, eine gigantische Kugelschale aus Milliarden Kometenkernen. Sie ist nach dem Astronomen Jan-Ort benannt. Aus dieser Region stammen wahrscheinlich die Kometen, die sich ins Innere des Sonnensystems aufmachen und manchmal als beeindruckende Erscheinungen an unserem Nachthimmel zu sehen sind. Untertitelung des Zwergplanet Untertitelung des Zwergplanet